Einen schönen Tag wurde ich von einem Freund gefordert, kommen Sie mit mir, mein Meister ist da, da sag ich, was für ein Meister, Meister im Bogen schießen. Und da fand ich Meister Umeji mit riesen Augen, einem kleinen Spitzbärtchen, der saß da und sagt, so Sie sind in Japan, eine Weile schon, na wie ist es denn, was gefällt Ihnen das hier? Und ich fing an, muntert über Japan zu reden und dann unterbrach er mich, sagt, das ist alles richtig, aber wahnsinnig flach. Sie müssen an einem Punkt in die Tiefe gehen, davon dort aus, wer Sie mehr versteht. Da sagte ich, was könnte das sein? Das sagt er zum Beispiel, Bogenschießen.